Ja, dann lass uns halt heute auch mal runterzählen, okay? 14, 14, jetzt hab ich auch für dich mal synchronisiert. Bist richtig korrekt zu mir, danke, Bruder. Ja, lass runterzählen jetzt, ja. Dann zählen wir eben runter. 5, 4, 3, 2, 1, BÄM! Ja, super, okay, Begrüßung. Sei leise, ich mach, ich mach Begrüßung, komm. Kein Bock jetzt mit dir. Was tut das denn? BÄM, Alter, was ey? Lass mich jetzt in Ruhe. Mach, mach du einfach die Begrüßung, warte, mach mal... Mach die Begrüßung, Alter, lass mich los, ey. Ey, sei froh, dass ich hier bin und du dort, ja? Ohne Witz, ja, genau das gleiche wollte ich auch krass haben, aber genau das gleiche. Ja, du bist so ein Nachmacher einfach, lass mich jetzt in Ruhe. Aber das nächste Mal hab ich nicht so gut in Ruhe, ich bin nicht so freundlich, du. Sei jetzt, Alter, jetzt begrüßung da. Seriase! Mach deine Begrüßung. Jo, okay. Yeah. Jo, Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute ist mal wieder Zeit für eine geile Runde Squad Builder Battle. Ja, okay, ja gut, er ist auch da. Grüß dich. Mit wem auch sonst, meine Freunde? Gar kein Bock auf ihn, aber ist okay. Gut, es ist der Moor. Wir haben uns hier hingesetzt, leider Gottes mit dem Typen, aber ja, gut, ich muss trotzdem motiviert wirken. Ja, ihr merkt schon, es knistert. Nö, 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 nö. Robbery Squad Builder Battle, ich hab Ribery, wirklich, der ist jetzt auch in meinem Main-Team, mega, der gefällt mir, oder nö, der ist auch gar nicht mehr in meinem Main-Team, wartet mal ganz kurz. Nö, Leute, er ist doch nicht mehr in meinem Main-Team, er war in meinem Main-Team. Mo hat, ähm, Robben, genau so ist es. Ja, wenn euch das Ganze gefällt, meine Freunde, ihr wisst Bescheid, schmettert den Daumen nach oben. Vor allem zum Ende von FIFA 19 genieße ich euren Krankensupport. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich würde mal meinen, also erstens mal, erster Link in dem Video beschreiben, dann geht's dann zu den Typen rüber. Wir brauchen nichts weiter erwähnen. Ich werde noch nicht bei mehr Namen erwähnen, hier. Aber gut, ich weiß für meine Aufnahme dann Bescheid, Papi. Möchtest du reinhalten? Ich kann gerne zuerst reinhalten, Brudy. Okay, ich hab die 4-2-3-1, die zweite, der Bruder Mo hat 4-3-3. Er sucht jetzt bei mir den Stürmer und den Rechts-Mittelfeldspieler. Haltest du rein? Ich halt schon rein, ja. Okay, der erste Spieler. Oh, shit. Okay, zum Glück habe ich den jetzt noch nicht reingegeben. Ähm, werde ich das jetzt so machen? Immer der erste Gedankepart. Ja, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt sehr, sehr blöd. Ähm, wie mache ich denn das Ganze jetzt? Ich habe nämlich schon was Falsches aufgeschrieben, sehe ich. Ich will den so gern spielen. Ja, leider wollte ich das. Ich muss switchen, leider Gottes. Ich habe mich jetzt doch jetzt. Ich wollte ganz ehrlich Jovic haben. Ich entscheide mich aber für Kevin Vollands. Der zweite Spieler wird werden... ...Mohamed Salah. Oui. Boah, da bist du aber an... Totz. ...ganz gewöhnt, ungewöhnlichen Weg gegangen, sage ich mal. Äh, kein von den beiden. Noch nicht mal den Ansatz. Ich habe Bonzema und Grisema aufgeschrieben. Ist auch stark. Muss man auch sagen. Ich habe gedacht, du gehst aber Frankreich so, ne? Ich wollte... Ja, ich habe jetzt überlegt zwischen Aller und Volland. Aber ja, dann ist Volland anlässlich nicht geworden. Gut, ich halte rein, mein Lieber. Ich habe... Du nimmst meinen Stürmer und meinen LF, denke ich mal, ne? Genau, richtig. LF. Ich habe im Sturm... Ich bin hier schon direkt mit Nababu reingegangen. Mit Nababu-Icon. Johan Cruyff. Boah. Joa. Krank. Und links bin ich gegangen mit Pommes. Ach nee, jetzt wollte ich auch wirklich Pommes schreiben. Pommes, äh, Pommes. Boah, ist auch stark. Kuti. Den hatte ich sogar, dass er als Erster oft für die Stürmer gedacht, aber... Ja. Ich dachte, du gehst mal auf alles Grün. Und ja, du bist jetzt auf überall Grün. Ich habe Command Müller aufgeschrieben. Yes. Uff, das wird krass werden. Nächste Runde, Leute. Joa, denke ich auch. Ich wusste nicht mal, dass du Kräufe hast. Oder ich habe es vergessen. Ich habe es komplett vergessen. Den habe ich auch relativ neu. Also, wenn du es so hast, wie ich es aufgeschrieben habe, ist das eigentlich sehr, sehr klug von dir. Nein, dann ist er doch voll... Stumm von mir. Weil du bist ja da klug. Stimmt, Armin. Ja, Leute. Das Mittelfeld. Ich konnte echt nur raten. Bin gespannt. Kannst schon. So, ich habe im linken ZTM ebenfalls ein Footy. So geil aussieht einfach. Ich weiß ja nicht, ob du ihn noch hast. Paul Popper. Eins. Abfahrt. Aua. Aua. Ist der weg? Halt einfach die Fresse. Und dann brauche ich natürlich einen Link zu ihm. Da habe ich leider keinen so einen krassen Spieler gefunden. OTW Fred. Auch stark. Und im rechten ZTM. Ach. Ach, ich weiß nicht, ey. Den Leon. Goretzka. Okay, okay. Ich dachte, du gehst wieder komplett auf grüne Links mit nur Franzose. Oh, der war ja so ein typischer Spieler von dir. Ich habe Ndombele, Aua und Savanier. Ne, also ich kann ja nicht immer benutzen, ne, Fato? Aber er hat ja ein bisschen übertrieben. Ja, ist echt so. Haltest du rein? Äh, ja. Ich musste schauen, dass ich irgendwie das Team aufbaue ohne Alaba und ohne Goretzka. Natürlich habe ich dann auch Sanchez weggelassen, ne, weil ich irgendwie Angst hatte, dass du irgendjemanden von den dreien aufgeschrieben hast. Deswegen... Aber jetzt bin ich gespannt, ey. ...habe ich mich entschieden für Demirbay. Das ist eigentlich ein ZM. Puh. ZOM. GG. ZOM, ja, jetzt habe ich Angst wegen, ja, wegen Volland eigentlich. Habe ich mich entschieden für Julian Brandt und, ja, Fabinho, Wijnaldum oder, wie er das doch, die günstige Version? Henderson. Puh. GG, ey. Wem hast denn du? Äh, Fabinho, Müller und Alaba. Wow. Alter, aber ganz stark gebaut, ey. Nicht schlecht. Also auf Demirbay Brandt wäre ich halt absolut nicht gekommen, ne? Ja, ich dachte, du denkst wegen Volland an ihn. Wegen dem Perfect Link. Ach, RIP. Schade. Oh, Gott sei Dank. Okay. Stark. Beide noch Full Team. Außenverteidiger. So, es geht um ebenfalls zwei wichtige Positionen. Die Außenverteidiger. Ich halte schon rein, Pato. Also, wäre ich du gewesen, ne? Hätte ich einen kleinen Bitch-Move gemacht, okay? Und zwar hätte ich entweder zwei Linksverteidiger aufgeschrieben oder zwei Rechtsverteidiger. Weil es geht, auf der linken Seite geht Rousselot, Alaba und, ja, okay. Bundesliga-Spieler gehen auf jeden Fall. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mir ist gerade was eingefallen. Mir ist gerade was aufgefallen. Okay, ich entscheide mich um. Ich entscheide mich um. Ähm, ich nehme nicht David Alaba. Ich wollte Hero Alaba nehmen. Ja. Oh Gott, nein. Das ist ein Fehler. Schulz, hast du ihn? Ja. Nein, jetzt, oder? Doch. Du hast ihn aufgeschrieben? Ja. Schwörst du jetzt? Ja. Willst du mich verarschen? Nein, ich habe den wirklich. Und ich klammern später. Das wäre meine zweite Wahl gewesen. Rousselot. Ach, du Kacke. Ja, jetzt bin ich eh nicht mehr motiviert. Ich will gar nicht mehr aufnehmen mit dir. Ja, oh, der Pato ist traurig. Dafür erstmal einen Daumen da lassen, Jungs. Motivation. Ist ja jetzt nicht ich nur den Ersten, aber ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ja, Gomez. Gomez ist Rechtsverteidiger? Ja, den Trend. Und wer warst du links? Äh, Schulz. Warum bin ich nicht beeilbar geblieben? Ich halte ein. So, ich habe links. Äh, Mondi. Welche Mannschaft? Äh, City. Und rechts, wäre ich ein bisschen obviös, äh, Dani Dacosta. Ey, Bruder. Bitte gesagt, du hast Kimmich aufgeschrieben. Bruder, es steht Mondi auf dem Brett. Ich hätte es aber wie du machen müssen, ne? Wie in der letzten Frage. Ja, du. Einfach gar nicht die Mannschaft aufschreiben, ne? Einfach verdammt nochmal cheaten. Nein. Aber gar nicht. Ich bin ein Ehrenbruder. Ich schreibe noch Olympic to the On-Ride. Ich wusste das aber echt nicht. Ich wusste gar nicht, dass City auch noch so ein Ding hat. So ein Mondi. Ja, deswegen hast du ihn jetzt in dein Team, gell? Gell? Ja, den habe ich noch nicht mal. Der ist dann als Squad-Dream-Dings hier angezeigt. Dream Squad. Aber Dacosta habe ich aufgeschrieben. Echt jetzt? Ja, eff jetzt. Mann, kannst du den streichen, bitte? Nein, kann ich nicht streichen. Schieb dir da deinen Torwart rein und wir gehen in die Verteidigung. Let's go. Abfahrt. Boah, ja, Abfahrt. Hey, heute war ich voll die coole Rolle. Voll so den Abgenervten. Ist auch so. Boys and Girls. Das Finale. Innenverteidiger und Torhüter. Bin gespannt. Kannst du mir nur die Liga verraten? Premier League. Okay. Also wenn du darauf kommst, Respekt. Okay, schieß mal los. Ich habe eine Dingsbumskarte, diese Scream-Karte, die ich unbedingt gerne mal spielen wollte. Schon voll lange. Ampadu. Ampadu, ja. Ja. Dann habe ich rechts, könntest du eventuell haben, Fabinho. Fabinho schon wieder? Ja, aha. Ja, und im Tor? Ah, Ederson. Bruder. Bitte nicht, ich kann nicht den Tor wahren. Bruder, du hattest zwei von drei Spielern im letzten SBB. Welche denn? Fabinho und Ederson. Aber sei froh, ich habe Marquinhos, Thiago Silva, aber Ederson. Echt? Ja, aua. Sei froh, dass ich den Jogger schon habe. Sei froh. Ja, ist so. Ist echt so. Aber halt mal rein. Ich habe beim Torwart halt wirklich dreimal geändert, ne? Okay. Dann wirst du wahrscheinlich den ersten Innenverteidiger schon haben. Herr Mosso. Scheiße, er hat ihn. Der zweite Innenverteidiger ist Team of the Season Piqué. Und der letzte ist Adan. Ripp, Alter. Kein einzigen. Ramos, Alvaro und diesen Jaume. Oh mein Gott. Das sind krasse Kaliber zum Abstoßen, ne? Diesmal bin ich ganz, ganz ehrlich. Dein Team ist noch, finde ich, doppelt so krass wie meines. Aua, aua. Scheiße. Entspiel. Tor, Bruder. Boah, zeig mal her, was hast du zu bieten, ne? Oh mein Gott. Dein Team sieht auch echt krank aus. Wow. Aua. Amparduo. Ich glaube, der hat 99 P's, kann das sein? Ja, und 99 Füße. Okay. Ja, wird spannend werden, ne? Pogba, den will ich haben, ne? Den will ich auch nicht. Den will ich auch nicht. Und kräuf bitte auch nicht. Okay. Und sonst auch keinen anderen. Let's go. Oh mein Gott. Hä? Nein. Ich wollte jetzt. Nein. Ich wollte nur den Ball stoppen. Was war das für ein Tor? Oh mein Tor. Ich meine, Bronx ist doch was hin oder her, ne? Aber hallo? Ich meine, dass der. Hä? Ja, ist okay. Alles klar. Ja, moin. Ja, alles klar. Alles klar. Rieberie. 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 Ist größer als Robben. Aber in echt sind das natürlich beides Legenden, ne? 2 zu 0. Kommt jetzt das Karma zu dir zurück, oder was, Bruder? Ach, lauf doch, Kräu. Ich hab den laufen sehen. Hast den laufen sehen. Dann stoppt er wieder. Dann stoppt er einfach. Machst du dich gerade für mich lustig? Oh Gott. Ja. Boom. Das ist nicht. Ey, nein. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. 3 zu 0. Wow, schön gemacht. Ja. Komm. Sehr, sehr schön. Pusch dich, Junge. Ja. Ja. Damit hab ich einfach Alisson reingerissen. Scheiße, boi. Geil. Uff. Ja. Soll ist das halt. Nein. Ja. Ohne Scheiß. Bei mir geht es halt nur noch um Schadenreduzierung, ne? Wer nutzt die Bugs aus? Boah. Ha, ha, ha. Na komm, du hast mir jetzt den Ball geschenkt. Alter. Ich hasse das, wenn es, ich konzentriere mich halt nur darauf, dich nicht schießen zu lassen. Dich nicht schießen zu lassen. Ja. Ey, Bartu, du bist der größte Assi ohne Witz, ey. Du bist der allergrößte Assi, bist du. Aus uns hier einfach live. Ey, das ist, ey. Du bist so scheiße, Marc. Ey, ich hab beim Packwager ohne Torhüter spielen müssen. Wie arg total warst du da. Du kannst doch nicht einfach aus 78 Metern schießen. Wie unfair ist das? Ja, solange er trifft. Ja. Er soll ich doch nicht ein. Ja. Die Rache für Pogba, mein Freund. Ah ja, und Hazard. Habe ich vergessen. Sorry. Ja, natürlich kommt der an. Was ist das für eine Frage? Ja. Oh, fast. Der ist nicht reingegangen? Was ist das denn? Das war ja gar nicht gewohnt. Wow. Alter, Falter, was war das denn? Alter, Falter, was war das denn? Ja, den hältst du auch gerne bitte. Nach dem Spielen auf dem Tornet. Bis dann. Danke. Wow. Ich hab glaube ich... Mama. Ich weiß, ich glaube ich schon mal so viele Tore im SBB. Oh, gegen Tava glaube ich war das mal. Ich hab auch nicht den Hauch einer Chance, ne? Aber wirklich nicht im Ansatz. Nicht... Abseits? Kein Abseits! 8 zu 3. Bula, 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 Bula. Die Luft wird immer dünner. Ich hab heute noch das Video geschnitten, wo ich Pogba abschossen durfte. Du hast ziemlich viel gelacht in dem Video. Wo ist denn dein Lachen jetzt? Ich hab nicht gelacht, das war jemand anders bestimmt. Nein. Da musst du dich vertan haben, das war ich nicht. Ich bin doch kein Unmensch. Ah ja. Was? Ja! Boah, ich hab mich noch nie über ein 8-4 so gefreut. Doretzka, okay. Ja. Nein. Ja. Ja. 9 zu 4. Alter Falter. Nein, bitte nicht, Bart. Du machst mich zweistellig bitte. Nein! ZWEISTELLIG! Ich schließe meinen YouTube-Kanal. 1000 Daumen nach oben für 10 Tore, Leute. Oh mein Gott, 6 Discards. Ach du Scheiße. 6 Discards, Bruder. Mir tut es jetzt schon leid. Boah. GG, Bruder. Ach, halt die Fress. Aua. Ich meine, abgesehen von 8. Du hast ja schon gut gespielt, muss man einfach so sagen. Danke. Aber trotzdem. Ich hasse dich trotzdem einfach. Ach, komm mal rein, Bart. Bist du bereit? Soll ich es einzeln durchgehen? Mach alle auf einmal, kurz und schmerzlos. Scheiß drauf. Ich entscheide mich. Warte mal. Für den linken Flügel und den Stürmer. Dann linker ZM und rechter ZM. und links Innenverteidiger und Torhüter. Aua. Aua. Wie war ich Gewicht? Alles. Wie? Alles. Zeige mir von den Polizonen, ja. Oh, Gott. Torwart Fred Otele. Okay. Linker Innenverteidiger Bronze. Torwart Fred Otele. Stürmer Mondi. Rechter ZM Goretzka. Linker ZM. Pogba. Linker ZM. Linker Flügel. Ist das Kräufe? Dreimal das. Ja. Ach du Scheiße. Du hast alles hops genommen, was geht. Na, wirklich alles. Ich muss dir ehrlich sagen, ich freue mich eigentlich nur über Pogba. Weil du warst ja der Bruder, der mir den auch weggesnipet hat. Aber Kräufe ist schon eine ganz andere Hausnummer. Wie viel kostet der gerade? Er kostet 2,7 Millionen. Ja, den hast du wahrscheinlich für 1,2 oder so abgeschlossen. 1,1 im Leben, ne? Ja, den habe ich halt direkt am ersten Tag gemacht, ne? Oh. Da wo der noch richtig schön teuer war. Mein Gott. Goretzka mein absoluter Lieblingsspieler gewesen im ganzen Spiel. War das der Totz, ne? Ja, klar. Boah, ich habe Kräufe noch. Ich traue mich, den noch nicht abzustoßen, wenn ich ehrlich bin, ne? Ist alles abgestoßen bis auf Kräufe, nichts. Ja. Kann ich zählen? Komm. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Aua. Das ist mein krankesten Discards in einem Video. Das ist echt. Oh, Scheiß. Ich will gar nicht wissen, wie teuer das alles jetzt zusammen war. Locker über 3 Millionen. Weit über 3 Millionen. Wow. Fast 4 Millionen schon, ne? Ich hätte auch gar nicht erwartet, dass ich so stark in diesem Spiel bin. Boah, also... Hast du auf jeden Fall einen geilen Titel, ey. 4 Millionen Discards. Abfahrt. Aua. Ihr kennt mich, Leute. Ich mache keinen Clickbaits. Aber teilt das Video sehr, sehr gerne mit euren Freunden oder auf den Social Medias. Wenn ihr mich verlinkt oder den Bruder Mo, dann werden wir euch natürlich reposten auf Instagram. Part of FIFA und Mukai natürlich. Aber jetzt kommt das Rückspiel. Jetzt ist er wahrscheinlich, ja, hoffentlich nicht die Revanche von ihm, aber supportet ihn auf jeden Fall. Geht rüber. Hinterlässt hier mal Daumen nach oben. Geht rüber. Abos hinterlassen. Daumen nach oben. Nach diesem krassen Discards. Ja. Schreibt euer Feedback in den Kommentaren, Leute. Ich bin raus. Bruder, das ist das letzte Wort. Ciao, Leute. Ja, Pato Poli, danke für die Aufnahme. Ähm, ja. Ich will gar nicht großartig sagen. Absolut verdienen, gar keine Frage. Ähm, ich bin gerade absolut down. Deswegen auch von mir. Haut den Like-Button drauf. Und, äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.